Glück ist, wenn man sich rundum lebendig fühlt. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und dies ist die fünfzehnte Lektion aus dem Buch Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Ja, ich denke, dies ist sehr wahr. Wenn wir uns sehr lebendig fühlen, wenn wir viel Energie haben, dann fühlen wir uns sehr glücklich. Und wir alle haben manchmal negative Phasen. Wir sind alle auch mal traurig oder ein bisschen depressiv. Wir haben alle mal wenig Energie, aber dann gibt es wieder Tage, wo wir uns besser fühlen und wir haben viel Energie. Wir fühlen uns sehr lebendig und dann fühlen wir uns auch sehr glücklich. Ja, das ist ein sehr, sehr tolles Gefühl. Und ich hoffe, ich kann dies auch in meinen Videos vermitteln. Ja, dieses Gefühl der Lebendigkeit. Okay, wie fühlst du dich? Und wenn du dich nicht so lebendig fühlst, dann rate ich dir oft, Sport zu machen. Ja, mit Sport fühlt man sich sehr lebendig. Und da kommt wieder ein Flugzeug dort oben. Siehst du das Flugzeug? Flugzeug. Ja, das ist der Name dieses Objekts im Deutschen. Ein Flugzeug, ein Zeug, das fliegt. Und diese Flugzeuge nerven mich manchmal, weil du mich dann bestimmt nicht mehr so gut verstehst. Okay? Ich hoffe, du verstehst mich trotz des Flugzeugs. Okay? Ich hoffe, dir hat diese Lektion gefallen. Und lass uns alle mal lebendig fühlen. Ja? Mach Sport. Ja? Beweg deinen Körper. Und du fühlst dich sehr lebendig. Und als Resultat davon fühlst dich auch glücklich. Ja? Besuche solche Momente so oft wie möglich zu erreichen. Ja? Dieses Gefühl der Lebendigkeit. Und das schaffst du, indem du Sport machst. Indem du dein Leben mit Integrität lebst. Ja? Indem du das Richtige tust. Ja? Indem du stets die Wahrheit sagst. Ja? Das macht lebendig. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.